Ein Hallo und Willkommen zum nächsten Part von Happy Wheels, ja Leute, ich habe die Kamera jetzt auch ein wenig anders eingestellt, dass es ein Frontalblick ist, ich denke mal so, ist es eigentlich am besten und ja, wenn nicht, dann lebt mich doch, ich ändere es nicht. Oder mal schauen, ja, mir gefällt es auf jeden Fall im Moment gut, so. Auf jeden Fall, wir machen weiter Browse-Levels, beziehungsweise das heißt weiter wie so Netzball, sondern eher, wir machen eine andere Scheiße. Und mal schauen, was gibt es denn hier? Jim Bonecki vs. Hater. Oh ja, das spielen wir direkt mal. Step 1, Press C, Set. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. What the hell? Äh, nochmal Leute. Äh, okay. Ach, Jim Bonecki und das ist der Hater. Ach so, wir müssen den dann festhalten. Wir müssen den dann mit ins Verderben ziehen. Naja, okay, jetzt haben wir den aber nicht mit ins Verderben gezogen. Ah so. Ah, haha. Du stirbst mit mir. Leben wir noch? Ich weiß es nicht. Egal, wir haben auf jeden Fall unseren Hater getötet. Das könnte ich die ganze Zeit mal in das Spiel. So, Exit to Menu. So, mal schauen, was gibt es denn noch hier? PewDiePie! Das hatten wir doch schon mal, oder? Hatten wir doch schon mal? Ich weiß es auch nicht. Ich gebe mal drauf. Dad, wait for my friends! Shut up, son! Take me! Mach ich doch immer wieder gar nicht. Das Level hatten wir noch nicht. MLG. Ich liebe dich, PewDiePie! Error run! Yay! Ah, ist ja nur mein Kind. Überfahre ich einfach auch mal. Ja, danke! Das Kind war ein Schütschild. Ich fahre weiter. Oh yeah, Leute. Oh yeah. Wir haben doch nur einen Pfeil oder Bolzen im Kopf. Okay, Hauptsache, der macht hier so auch noch Werbung mit PewDiePie! Okay, Exit to Menu. Mal schauen, was gibt es denn noch hier? Big Balls. Oh ja, ich habe auch dicke Bälle. Very easy. Also, wir müssen es fallen lassen. Das gibt es auch in der Art nur mit Kill Justin Bieber. Dann hast du hier immer so einen kleinen Jungen, den musst du töten. Das ist Justin Bieber. Ah, das wird natürlich... Die Bälle werden immer kleiner. Das wird immer schwieriger. Irgendwann bricht man sich da mal was. So. Ah, das zackt jetzt hier die schwarzen Bälle. Ja, ja, okay. Ein Arm. Wir haben noch... Ein Bein ist ab, aber unser Arm hängt noch ein bisschen dran. Okay, Leute, das ist die Hauptsache. Den kann man wieder annähen. Das geht klar. Komm schon. Geschafft. Ja, geht da, Leute. Nee, kein Restart-Level. The Climber Ball versus Two. Oder Version. Ja. Was ist das denn? Okay. Ach so. Wie geil ist das denn? Erstmal ein paar Autos schrotten. Nein, keine Minen. Das sind doch Minen, oder? Ich glaube, wir haben uns irgendwas gebrochen auch. Das sind welche Leute... Ja. YOLO. Einfach wo die Leute drüber. I don't care. Wo ist mein Elf? Ach, wie spielst du mit diesem verantwortungsbewussten Vater? Direkt nochmal über einen Tug überfahren. Haben wir das geschafft jetzt? Joa. Jetzt. Nice Level. How far? Das, glaube ich, haben wir schon mal gespielt. Wir nehmen mal den verantwortungsbewussten Vater. Ich mag den irgendwie. Haben wir das schon mal gespielt? Ich weiß es gerade nicht. Ah, das ist wie das... Ach, das ist... Ja, doch, klar. Das ist diese eine, das hatten wir schon im letzten Part. Ja. Da haben wir nur den schwarzen genommen. Gut, gehen wir auf die nächste Seite. Ich hoffe, der lädt jetzt nicht so lange. Ich mache das ein bisschen schneller. Als am Ende von Part 1. Da meinte der ja nicht laden zu wollen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt wieder passiert. Aber es scheint mir schon wieder... Ah, nee. Gut, hat es geschafft. Tausend ways to die. Version 3. Okay. Ah. Ah, ja. Ah, ja. Okay. Ah. Ich dachte eigentlich, dass das Kind stirbt. Aber okay. Alter. Oh, Mann. Na ja, war jetzt aber lame. Und ich habe schon wieder nicht geguckt, ab wann wir aufnehmen. Wir sagen einfach wieder, wir nehmen ab so drei Minuten gerade auf. Ja. Kommt hin, bestimmt. Okay. Das heißt, bis 20. Na, okay, gut. New weapon pack. Was ist das denn? Von Marble. Was? Was steht hier? Da wird jetzt hier erklärt, was man alles machen kann, oder wie? Die Bio-Rifle. Ah, ja. Toll. Okay. Lame. Justin Bieber, Freefall. Das hört sich schon cool an. Ich brauche mich direkt bei. Justin Bieber, bleib stehen. Ich hasse deine Musik. Auf der Stelle her, komm. Du kommst mit. Ach, scheiße. Aber wir hätten den mit runterziehen müssen. Ja, ich hasse deine Musik jetzt nicht wirklich. Die ist mir ja nicht relativ egal. Aber. Wirken tue ich es auch nicht. Nein, Justin Bieber, wo bist du? Nein. Ach, das ist scheiße. Komm. Gyrupal Adventure. Ach. Können wir uns auch bewegen? Erstmal töten. Stage 2. Bowling. Yay. Und wie viel? Wo kommen wir? Strike. Strike. Oh, Mann. Oh, ja. Spiel mal ein bisschen Fruitland, ja? Super, Leute. Erstmal den Weihnachtsmarkt töten. Was kommt denn da? Ach, da kommen noch ein paar Fruchtstücke mit. Ach, komm schon. Du fetter Sack. Alter, jetzt steck. Boah, deine fette Wand versperrt mir den Weg. Alter. Ja, geht doch. Hm. Das war's schon. Okay. Die Island Demo. Wen nehmen wir mal? Wen hatten wir eigentlich noch nie? Ach, den Typ können wir auch nochmal nehmen. Das ist ganz witzig. Wenn ich mit dem nicht spielen kann. Ich kann mit dem nicht spielen. Das seht ihr, Leute. Nova. Was? Nova 6. Gas. Black Ops und so. Ja, Leute. Ich... Ich kann mit dem Charakter nicht spielen. Nein. Ne, wir nehmen mal bitte den... Den Vater hier. Mit dem kann ich wenigstens fahren. Einfach mal mitnehmen. Einfach die Warnung ignorieren und weiterfahren. Och, mein Kind hat einen Arm verloren. Ach, komm. Ja, gut. Gut. Können wir das jetzt mal schaffen, bitte? Geht doch. Mann. What? What the fuck? Mein Kind. Mein Arm ist Kind. Ist weg. Oh man, das Level war jetzt aber echt lame. Killer Machine. Was ist das denn? Medaillt, little boys. Was ist das denn jetzt gewesen? Gut. Der wird mal auf die andere Seite, Leute. Glassbreak Immortal. Schauen wir mal, ob wir wirklich so unsterblich sind. What the hell? Alter. Läuft bei uns. Was ist das? Läuft bei uns. Läuft bei uns. Was ist das? Oh, wow. Das war jetzt so anspruchsvoll. Ninja Swatthrow. Na, das spiele ich nochmal. Schwert werfen. Sind wir immer der Meister drin? Ja. 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 Erst mal vier Schwerter für zwei Personenopfern. Ach, cool! Äh, lol. Ja, das ist ja nice. Komm. Jetzt fall runter! Alter, will der mich verarschen? Ja, der fällt echt nicht runter. Try to kill them all and yourself. Ach so. Toll. Ja, wir hatten alle schon getötet. Wir mussten uns noch selber töten. So. Gut. Sieht immer so genial aus. Nein! Ja! Ach, verdammt. Wir müssen uns zwar selber töten, aber doch noch nicht jetzt. Ja, geht doch. Mist. Nein! Nein! Scheiße! Ach, ich kann nicht werfen, Leute. Ach, ich leb sogar noch. Ist ja cool. Naja, jetzt nicht mehr. Oh Gott, Leute. Ja, mit zwei Schwertern, vier Leute. Läuft bei uns. Ach, komm! Der will mich doch verarschen. Alter! Ich will den anderen treffen. Nein! Ich werfe alles... Boah, ihr zwei fetten... Boah! Die fetten versauen es mir jetzt gerade. Ach Gott. Nee, nochmal. Mann! Ach, hätte fast noch die Frau getroffen. Nein! Okay, wir sind selbst tot. Okay. Hm. So, der fällt einfach nur runter. Ach, scheiße. Knapp vorbei ist auch daneben. Ja, wir haben beide, oder? Sieht witzig aus. Kommt, Leute. Nein! Jetzt noch! Das gibt's jetzt nicht, oder? Nein! Mama! Verdammt! Gute Aktion von uns. So, der Typ ist da auch was immer tot. Ach. Jetzt müssen wir den da hinten noch... Ja, wenn wir nicht vorher selbst mal wieder sterben. Jawoll! Jetzt müssen wir es aber mal schaffen, endlich, oder? Ja, oder auch nicht. Ich bin Alex. Ich kann nichts. Alter, wenn wir das jetzt verkacken... Wir verkacken's. Wenn wir damit jetzt... Das gibt's nicht. So viele Schwerter und ich verkack's. Nein! Autsch! Ja, okay. Wir wollen selbst wieder mal wieder aufgespießt. Sieht so geil aus, wie die Schwerter in den Leuten stecken. Opa, ich will mein Schwert wieder haben! Ich lass das jetzt nicht... Ja, ich stech dir ins Herz und den Bauch. Oh, mein Leck. Genau. Mit Sicherheit, Kollege. Nein! Mann! Scheiß Opa! Jetzt... Ach, komm schon! Es kann ja wohl nie so schwer sein, diese Tussel zu treffen. Naja, so geht's auch. Wir müssen uns nur irgendwie selbst töten. Nur wie schaffen wir das jetzt? Also sonst töten wir uns wahrscheinlich immer selber, nur jetzt schaffen wir's nicht. Sind wir tot? Wir leben mit zwei Schwertern im Rücken immer noch! Jetzt sind wir tot, oder? Ja, wir können nichts mehr bewegen, wir haben's geschafft, Leute! Super! Tada! Man muss sich echt dran gewöhnen, dass ihr immer so eine Webcam zuschaut. Fühle ich mich ja wie eine NSA hier. Immer überwacht. Okay, jetzt... 1000 Ways to Die, Version 7. Chuck Norris, ich... Ah ja, ich bin gestorben. Time for... Circa 3. Ich kann mal wieder nichts... Gut! Der Arzt seines Vertrauens! Muh... Was steht da? Muhahaha! Immer, ey! Haus Nightmare 1. Ah ja. Ah, die waren jetzt aber nicht so episch. Naked Girl! Oh ja, Leute, eindeutig. Nackte Frauen, das müssen wir sehen. Oh, nackte Frauen! Das muss ich da zensieren. Toll! Oh, meine Fresse, echt jetzt? Gott! Danger, was? Autsch! Ah, ist ja nur mein Kind, was gestorben ist. Ohne Kopf. Ach, kommt, Leute. Kommt, du radelst noch weiter ohne Kopf. Du packst das! Ach, Mann, ey. Gott, was für ein Level, Leute. Formel ist Fleisch, und zwar Menschenfleisch. So, diesmal haben wir nicht den Kopf abbekommen. Aber unser Kind ist tot. Egal. Du sollst nicht passen. I don't care. Don't kill me, y'all. Don't. Ah, ich hab... Nein! Komm, nehmen wir noch. Nehmen wir noch. Nein, jetzt... Nein! Nein! So kurz auf... Komm schon. Du radelst. Nein! Nein! Komm schon! Radel! Radel! Nein! Och, Mann. Leben wir eigentlich echt noch? Ich glaube... Gott, scheiße, fast geschafft. Nochmal. Geh, Mann! Nein! Push and wait. Ach so, wir hätten die ganze Zeit immer warten müssen. Ja, aber es geht ja auch so. Unser Kind lebt auch noch. Ich glaube es nicht. Doch, geschafft! Leute, super! Ha, das haben wir doch mal gut gemacht. Hm... Saw 8. Mal schauen. How much blood will you shed? Oh, was shed? Keine Ahnung. Hello, Segway. Recognize this man. This is the man who bullied you in every school you went to. Can you forgive him? Can you forgive him? Nein, ich kann him nicht. Alter! Alter! Ah! Ui, das Schmerz in der unteren Region. Was ist das denn? You must be quick, ha-ha. Kann ich mir gut vorstellen. Ah, in zwei geteilt. Das tut doch alles weh. Oh, mein Leck! Oh, mein Leck! Oh ja, das ist, glaube ich, das geringste Problem, was du hast. Aber Hauptsache, ja, dein Bein. Nein, nicht müster. Okay, gut. Tobuscus, Tobuscus, Pocojump. Das ist doch auch hier ein, äh, Listplayer. Auch einer, so richtig, ein richtig bekannter. Ach, ich hasse diese Level. Die habe ich schon mal bei Pizzemeat gesehen und ich kriege sie einfach nie hin. Jetzt kommt schon. Meine Fresse, ich verstehe das echt nicht. Wie schafft man das Level denn? So, jetzt bin ich schon mal hier gelandet. Ach, komm schon! Wenn ich mit dem Charakter umgehen könnte, Leute. Komm schon! Ich breche mir eh... Ich breche mir eh noch Feuer, was? Das weiß ich jetzt schon. Komm schon! Jawohl! Nein! Manu! Komm schon! Durch und... Oh, was? Oh, Mannu! Komm schon! Ja, ja! Au! Ah! Wie das aussieht! Hilfe! Gott, Leute! Ich... So ein Verbiegungskünstler will ich wirklich beim echten Leben sehen. Komm schon! Komm schon! Ach, verdammt, jetzt habe ich unseren Helm verloren. Komm schon! Ach, komm schon! Ach, Mannu! Wir fallen gleich eh wieder nach links. So wie ich mich kenne. Jetzt komm, stütze dich doch einfach mit deinem Kopf ob und zieh dich rüber. Jetzt hast du viel verlangt. Vielleicht sollte man die Maus aus dem Bildschirm tun. Oh, Gott! Wir hatten es doch eben geschafft. Ja, ja! Nein! Es kommt schon! Ich bin bestimmt so schlecht. Nein! Ach, verdammt! Das ist echt doof. Die mögen mich alle nicht. So, jetzt! Jawohl! Jawohl! Bin ich bosshaft oder bin ich bosshaft? Ich meine, wenn man einmal mit dem Typen springen kann, ist das, glaube ich, nicht so schwer. Aber für die Leute, die es eben nicht können... Ja, ach, komm! Wir haben unser Bestes gegeben, Leute. Interessant. Gut, das war's, ne, Leute. Das brauchen wir alles nicht. Alles nicht nötig. Danke, dass du das getestet hast. Einfach weiterfahren. Alter, was testen die denn hier für Waffen? Habe ich den Hammer gerade selbst? Au! Alter! Wie ist das, Level? Oh, nein, die Granatze explodiert jetzt nicht. Och, Menno. Ja, dann wirf, Kollege. Ach, komm! Schon wieder ein Messer in den Kopf bekommen? Machen wir das mal anders. Aber wir hätten einfach immer nur warten müssen, ein wenig. Was ist mit dem Typen? Macht der was? Ach, in den fliegt die Axt rein, okay. Nein! Nein! Meine Wirbelsäule hängt da noch ein bisschen dran. Wie das aussieht. Nochmal. Ein Versuch. Dann wende ich auch den Part erstmal. Nein! 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 Ja. Ne? Leute. Soviel zum Thema dazu. so der ist auch tot was war denn jetzt los ich habe angst okay wir haben es geschafft immerhin gut leute dann hoffe ich dieser part hat euch gefallen ich würde mich über den daumen nach oben natürlich freuen erstellt mir weiterhin level wenn ihr lust dazu habt und damit sagen sieht man sich im nächsten part wieder bis dahin sage ich adios amigas tschüss tschüss